Ach, liebe Freunde, ist das nicht heute ein wunderschöner Tag? Ich hoffe, euch geht's gut und ich hoffe, ihr seid gut drauf und eurer Familie geht's gut. Und ja, ich wünsche jetzt gerade auch zur besinnlichen Nähe Weihnachtszeit nur das Beste für euch. Und Dankeschön, dass ihr mich hier immer auf diesem Kanal unterstützt. Und auch hier am Startzeit, das freut mich wirklich sehr. Heute tatsächlich, wir haben Ewigkeiten, wirklich Ewigkeiten nicht mehr auf ein Video von Da Vinci reagiert, weil das immer so relativ zäh ist. Aber für Aline Bachmann wird die Luft immer dünner, ja. Und ich möchte mal gucken, was da jetzt noch so passiert ist, weil Aline Bachmann ist ja schon eine sehr brisante Person, eine absolute Persönlichkeit, die man einfach nur respektieren ist immer eine schwierige Situation, die man einfach nur, ja, tolerieren ist auch schwierig. Was will man zu der sagen? Ist eigentlich nicht so viel Positives, ne? Herzlich Willkommen. Ja, der macht ja wirklich viel Mist, leider. So, halt schade. Wir gucken uns das mal an. Es wird auf jeden Fall immer dünner, die Luft. Und ich bin gespannt, wie jetzt hier argumentiert wird und was die gute Dame wieder angestellt hat. Beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es nochmal um Aline Bachmann, diesmal auch hier wieder... Aline, oder? Oder sagt man zu dir Aline Bachmann? ...wieder auf dem Kanal ein Update aus den letzten Wochen. Es ist einiges passiert. Und wer vielleicht meinen Da Vinci Talks Kanal noch gar nicht abonniert hat, sollte... Ich muss an der Stelle auch sagen... Ey Leute, ich habe vieles schon erlebt in meinem ganzen Leben, ja? Aber so viele Videos von einem YouTuber über eine Person, also über Aline Bachmann, das ist... Also das verlangt von mir aus großen Respekt, ja? Großen Respekt. So, passt mal auf. Ich gebe jetzt einfach mal hier Aline ein. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie viele... Das ist unfassbar, ne? Also wie viele Aline... Warte. Aline, pass auf. Überall, wo jetzt hier ein gelbes... Gelbes Zeichen ist, ne? Das ist alles über Aline Bachmann, ja? Alles über Aline Bachmann. Ja, wobei hier, das zeigt es schon gar nicht mehr an. Das zeigt es gerade bloß hier oben an. Der hat... Achso, warte. Warte, wie oft stand das da? 45 Mal steht Aline Bachmann jetzt hier da. Der hat 45 Mal Aline Bachmann in einem Video. Also, da muss man an der Stelle sagen... Der macht das... Also wirklich... Da muss ich auch Da Vinci Props geben. Das Thema läuft bei ihm. Der macht das schlau. Der nutzt das aus. Und bei Aline Bachmann die Videos... No Chalk. Das ist mir bei der Reaction aufgefallen zu Aline Bachmann das letzte Mal. Die machen so unfassbar viel Geld, was das angeht. Das ist echt nicht normal. Deswegen kann ich es verstehen. Wenn er da jetzt vor allem das Thema sehr groß macht. Immer schön lange Videos macht. Auch teilweise über 30 Minuten hier so ein Video. Läuft bei ihm. Und sein Da Vinci Talks Kanal läuft generell sehr, sehr krass, ne? Guck mal, der hat 22.000 Abonnenten. Macht 20.000 Aufrufe nach 22 Stunden. Die Berliner Bachmann. Da kannst du sagen, was du willst. Da kannst du auch da Vinci Hätten, wie du willst. Von früher oder was weiß ich. Irgendwie Kritik raushauen. Bla, bla, bla. Der macht alles richtig, ja? Also, und das mit möglichst wenig Aufwand, was jetzt Videobearbeitung angeht. Er erreicht damit seine Leute und deswegen wünsche ich ihm da alles Gute. Hier auch das Ganze nicht verpassen. Denn das, was dort jetzt in den letzten Tagen alleine wieder passiert ist, ist unfassbar. Und das möchte ich euch hier auch nicht vorenthalten. Und ich kann euch sagen, die Luft wird für Alin Bachmann immer dünner. Denn es gibt jetzt auch eine Anzeige, es könnte vor Gericht landen, das Ganze. Und was jetzt genau passiert ist, werde ich euch Stück für Stück erzählen. Ein anderes wichtiges Thema ist auch die Spendenaktion rund um Aidscher. Ich habe ja auf meinem Da Vinci Talks Kanal auch darüber berichtet, dass Alin Bachmann eine Spendenaktion gestartet hat für eine krebskranke Frau. Das hat sie gemacht, ohne ihr Bescheid zu geben und hat dann das Geld ihr nicht gegeben. Aidscher. Und das ist ja im Grunde genommen gar nichts Verwerfliches, sogar eigentlich lobenswert. Leider Gottes kam es dann dazu, dass die Spenden bis dato nie ausgezahlt wurden, beziehungsweise dort Spenden gesammelt wurden und sie zwischenzeitlich... Oh, ich heiße jemand einfach Gulasch. Gulasch Kocha. Gulasch. Das ist der Französe Gulasch. Gulasch Kocha. Zwar auch nicht an die Spenden ankam. Aber Ehre, 50 Euro. Es gab hinter den Kulissen, so kann ich es freundlich sagen, ja, recht merkwürdige Nachrichten an Aidscher. Sie wurde auch sehr lange ignoriert, als sie Alin Bachmann dann angeschrieben hat. Und das Ganze war schon eine ziemlich krasse Nummer. Wer da gar nicht im Bilde ist, der kann gerne auch auf meinem Da Vinci Talks Kanal, wie gesagt, vorbeischauen. Ich muss jetzt hier ganz kurz auch nochmal das Ganze erwähnen, weil ich das so krass fand, dass man einer krebskranken Frau, die gerade schwere Medikamente zu sich nehmen muss und auch gerade die Stammzellenbehandlung erst hinter sich gebracht hat und andere Sorgen hatte, als so ein Ärger, ja, dass sie die quasi noch bedroht hat hinter den Kulissen, beziehungsweise ihr auch das Leben sehr schwer gemacht hat in dieser Phase. Also ich habe ihr dort geholfen. Ich kann euch auch beruhigen. Es kamen jetzt so viele Spenden alleine durch meine Community zustande, dass Aidscher auf jeden Fall die nächsten Wochen sehr viel Freude haben wird. Es gab auch Überraschungen für sie, das kann ich euch sagen und darüber freue ich mich sehr. Hey, mich wird es mal interessieren, wie viel zusammengekommen ist. Ich finde es eine sehr, sehr coole Sache, auch dafür zu spenden. Ich beteilige mich auch gerne an Spenden. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, ja, weil, keine Ahnung, es kommt immer im Internet so komisch rüber, wenn man irgendwas mit Spenden erwähnt. Deswegen sage ich meistens gar nichts über Spenden, was ich spende und wohin ich spende und ich bald sei mal für mich. Ich denke, das ist auch manchmal einfach sinnvoll, weil sonst kommt immer das so rüber wie, du willst dein Image polieren oder du willst dich doch bloß damit besser darstellen, als du bist oder was weiß ich. Ja, deswegen, ich kann es auch teilweise verstehen, weil manche Sachen, wo dann gespendet wird, denken wir halt wirklich, ey, das macht er jetzt gerade nur, um zu zeigen oder um zu flexen oder um zu zeigen, was für ein guter Mensch er doch ist. Ja, sowas in der Art. Also vielen Dank auch an alle, die dort mitgeholfen haben. Das war wirklich eine krasse Community-Leistung. Meine beiden Kanäle sind jetzt nicht so groß. Dass wir mittlerweile sowas auf die Beine stellen können und einem Menschen eine kleine Freude machen können, dem es jetzt gerade nicht so gut ging, ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte gewesen. Aber kommen wir jetzt auch zu den neuesten Ereignissen. Die haben es nochmal umso stärker in sich, denn dort geht das Drama immer weiter. Ich wurde mal in einem Livestream gefragt, was so die Top 3 an dämlichen Aktionen sind von Aline Bachmann. Da ist definitiv die Sache mit Lukas dabei. Wer es nicht mitbekommen hat, sie hat in einem Livestream behauptet, dass Lukas noch lebt. Und Lukas war aber dort schon verstorben. Das war natürlich für die Familie und auch für Lukas ein Schlag in die Fresse. Sie hat sich dann zwar später entschuldigt, aber nun gut, ich fand es dann trotzdem auf jeden Fall maximal daneben. Jetzt die Sache mit Aitscher. Das ist, finde ich, auf derselben Stufe. Dass sie hier und da auch immer mal das N-Wort sagt oder andere Dinge in den Livestreams rausplaudert, ist natürlich das nächste Ding. Es gibt aber auch immer mal wieder Leaks und Dinge, die sie rausposaunen, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit gehören. Ich bin, glaube ich, der erste Mensch gewesen, der ein Video gegen Aline Bachmann gemacht hat, weder mit einer Anzeige gedroht wurde, noch eine Nachricht bekommen hat, noch sonst irgendwas. Ich habe Realtalk für mein Video zu Aline Bachmann nichts bekommen. Ich habe von Aline nichts gehört, obwohl mein Video halt, ich weiß gar nicht, wie viel hat mein Video Aufrufe gemacht? Aline Bachmann, Alpha, wie viel hat mein Video Aufrufe gemacht? Knapp 50.000 hier, Aline Bachmann. Hier auch noch, hier knapp 40.000. Das ist halt einfach mehr als zum Beispiel in Da Vinci, beispielsweise. Und in Da Vinci bekommt die ganze Zeit irgendwelche Anzeigen von Aline Bachmann, beziehungsweise irgendwelche Drohungen von Anzeigen von Aline Bachmann. Das ist echt stabil, ja. Also ich bin zufrieden. Aline Bachmann, die hat wahrscheinlich zu viel Respekt vor dem absoluten Überpost. Muss man an der Stelle sagen, muss man einfach mal so eingestehen. Das könnte man auf jeden Fall auch immer mit reinnehmen. Klar, würde man in den Top 3 vielleicht auch DSDS mit reinnehmen können und die ganze Vorgeschichte von ihr. Aber ich würde jetzt auch sagen, dass wir jetzt mal als Beispiel von Leaks das Aktuelleste nehmen. Das, was gerade passiert ist auf Instagram. Und dort geht es um Denise Greppel. Und vielleicht kennen einige sie von Take Me Out. Ich habe auch einige Nachrichten zu Denise bekommen. Aber ich möchte jetzt erstmal auf die aktuellen Sachen auf Instagram eingehen. Sicherlich hätten beide das auch privat klären können, wer es jetzt noch gar nicht mitbekommen hat. Da gab es mehrere Livestreams. Ich war auch zugegen. Wer da gar nicht im Bilde ist, kann wie gesagt auf Da Vinci Talks gerne vorbeischauen. Und ich habe versucht dort zu schlichten zwischen beiden. Und eigentlich war auch vereinbart, dass sich beide dann nach diesem großen Streitgespräch entschuldigen. Und in diesen Stunden ist einiges passiert. Es wurde die Nummer von Denise Greppel mehrfach geleakt. Ich war sogar dabei und habe auch extra darauf hingewiesen, dass sie aufpassen soll, wenn sie Screenshots zeigt von WhatsApp, dass dort nicht die Nummer zu sehen ist. Und das ist mehrfach leider Gottes passiert. Dann wurde die Adresse von Denise Greppel, die auch die Nachbarin von Aline Bachmann ist, geleakt. Und genau auch gesagt, wo sie wohnt, also auf welcher Etage. Es gab dann auch noch weitere Rufschädigungen, ist wohl auch der Arbeitsort genannt. Also nur ganz, ganz schwierige Dinge. Zum Glück kennt man Denise Greppel. Ist das jetzt jemand, den man so vom Fernsehen kennt und so? Aus Z-Promi-Gründen oder sogar A-Promi oder was? Denise Greppel. Hier haben wir sie. Aus Dresden tatsächlich. Ah ja, gut, das stimmt. Klar, wenn es die Nachbarin ist. Okay, das ist Denise Greppel. Adlerson folgt dir. Ist doch, ist ein Pferdemädchen. Keine Ahnung, ich kenne sie nicht. Ich habe noch nie von ihr gehört. Ja, okay. Ja, was als ob. Die hat nicht wirklich, die hat nicht wirklich bei Dingsnet gemacht. Bei Vox die Sendung, wie heißen die? First Dates. Sie hat wirklich da mitgemacht? Die ist 20, Alter, mit 20, beziehungsweise jetzt ist sie bestimmt 21, da mitzumachen. Ich verstehe das nicht ganz, weil diese Sendung, ich finde eigentlich, das ist doch nicht für ganz Junge normalerweise so. Da hat man doch noch die meisten Möglichkeiten, niemanden kennenzulernen. Aber egal. Okay, Denise Greppel ist gerne mal im Fernsehen zu sehen wahrscheinlich. Die natürlich kaum entschuldbar sind. Dennoch gab es dann dieses Gespräch. Einige haben auch gesagt, Mensch, du hast sie da schon ein bisschen reingedrängt, dass sie auch Aline Bachmann noch eine Chance geben soll, in diesen Live-Talk zu kommen. Ich fand es aber eigentlich ganz gut als Moderator, dort einfach neutral dabei zu sein und auch das Ganze in einem Gespräch dann durchzugehen. Allerdings ist mir das auch nicht perfekt gelungen. Später kam noch 4-0-4 dazu. Wir haben unser Bestes gegeben. Wir wurden auch von beiden gelobt, von beider Seiten, sowohl von Aline Bachmann als auch von Denise wurden wir, also auch ich, gelobt dafür. Und die haben sich bedankt, dass wir es zumindest versucht haben. Und auch in Zukunft gebe ich immer auf meinen Kanälen beiden Seiten die Chance, sich zu äußern, wenn ich darüber berichte, weil ich es sonst ziemlich unfair finden würde, wenn ich was zu jemandem sage. Aber der sich nicht mehr äußern kann. Das gilt sowohl für Aline Bachmann oder in dem Fall Denise Kreppel. Und das möchte ich auch noch mit reinnehmen. Was ist jetzt aber draus geworden? Denise Kreppel hat auch umgehend in ihre Story etwas reingepostet und sich entschuldigt. Die Frage ist, ist das der neue Simplizismus? Nachdem wir jetzt, warte, wie lange haben wir den Typ von Family Guy gesehen? Eine Minute lang. Eine Minute lang kam jetzt das Bild von dem Typen von Family Guy. Also ich habe gar kein Problem damit, das ist sein Stil und so, gar kein Problem. Aber so mit den Worten, die man manchmal so im Hinterkopf hat mit, ich möchte wie Simplizismus die Videos machen, was nur, also ein größerer Unterschied könnte nicht sein. Und dann kommt eine Minute dieses Bild, ich feiere es trotzdem irgendwie. Also wir hatten aber das letzte Mal mit Da Vinci, hatten wir auf Twitch geschrieben, Baku und ich. Wir waren im Discord und dann sind wir irgendwie auf Da Vinci gekommen und dann hat er gerade auf Twitch gestreamt. Und da haben wir auch nochmal so gesagt, ey, alles was so die letzte Zeit passiert ist, so zwischen uns, so gut, mit mir hatte er kein Problem und wir hatten auch schon privat immer mal geschrieben. Aber so Baku und Da Vinci, die waren ja so im kleinen Krieg, sag ich mal, so vor einem Jahr oder vor zwei Jahren. Ne, vor einem Jahr. Und ja, da wurde nochmal ausgesprochen, sich entschuldigt und dann war auch alles wieder gut. Also mit Da Vinci ist wirklich gar kein böses Blut. Aber die Videos, die haben sich einfach nicht verändert, ja. Ich finde, die Videos haben sich nicht viel verändert, aber trotzdem, man kann sich dagegen, ist ja jetzt nichts so Schlimmes. Hat dann eine Weile gewartet, dann kam allerdings keine Entschuldigung von Aline Bachmann, wie abgesprochen. Und Denise Kreppel ist dann zur Polizei gegangen. Sie hat jetzt fünf Dinge angezeigt bei Aline Bachmann, also es gibt jetzt fünf Delikte, gegen die Aline Bachmann wohl verstoßen hat, wo die Polizei jetzt auch bei Aline Bachmann wohl war. Und das auch ausgesprochen hat, dass sie sich dort falsch verhalten hat, beziehungsweise, dass es jetzt eine Anzeige gab, das Ganze. Ey, die kommt früher oder später ins Gefängnis, Aline Bachmann. Die hat schon so viele Vorbestraft, ich glaube, die ist schon so vorbestraft, dass die selbst jetzt für Kleinigkeiten, kann ich mir vorstellen, ins Gefängnis kommen könnte. Ich weiß halt nicht, ob die auf Bewährung ist, aber ich glaube nicht. Ansonsten, wenn die irgendwann eine Bewährungsstrafe erhält, würde die, glaube ich, so schlau sein, einfach nochmal irgendeine Kacke anstellen und dann muss sie ins Gefängnis. Also das andere ist, irgendwann geht es nicht mehr anders, ist halt so. Könnte jetzt auch vor Gericht gehen, zumindest möchte Denise jetzt sich auch einen Anwalt suchen und das Ganze auch anfechten lassen, aufgrund der Rufschädigung, die auch passiert ist. Denn dann kamen alte Sachen auf, die behauptet wurden, rund um den Spendenstream und den vermeintlichen Skandal. Ja, sie wurde allerdings damals freigesprochen, das möchte ich Ihnen einfach nur kurz erwähnen, damit die Leute das nicht dauernd in den Kommentaren reinschreiben und sagen, ich habe das jetzt nicht erwähnt. Das Ganze ist allerdings jetzt verjährt und das wurde dann auch freigesprochen, laut Denise auch in ihrem Livestream. Und von daher bringe ich das jetzt hier einfach mit rein, aber ich glaube, ihr könnt verstehen, dass da auf jeden Fall von Aline Bachmanns Seite, auch wenn man das natürlich auch kritisch sehen kann, dass Denise das live klären wollte oder auch live gegangen ist, hätte man natürlich das erstmal auch vehementer privat klären können. Man hätte wirklich, das geht an beide, sagen können, komm, wir setzen uns übermorgen mal zusammen. Hallo, ey, da wünsche ich mir bitte nicht zu naiv sein, ey. Es geht hier immer noch um Aline Bachmann. Die würde ihre eigene Mutter leaken. Die würde alles leaken, was auch ihr privates Umfeld angeht. Natürlich macht die das öffentlich. Natürlich macht das hier jeder öffentlich, weil eine Aline Bachmann so, keine Ahnung, diese Person ist einfach gerade, was Influencer in Deutschland angeht, so diese Person, die du niemals als Vorbild nehmen solltest mit irgendwas. Deswegen, keine Ahnung, die würde alles in der Öffentlichkeit breittreten, nur damit sie halt irgendwie besser dasteht und irgendwie Aufrufe bekommt, obwohl sie dadurch auch alle Werbepartner verlieren würde. Aber das ist halt Aline Bachmann. Wir lassen das jetzt mal ein, zwei Tage Instagram aus. Man muss das ja nicht immer gleich bei Instagram alles klären, aber nun gut. Beide haben sich dafür entschieden. Dann ist allerdings, muss man ganz klar sagen, Aline Bachmann wiederum zu weit gegangen mit der Nummer, mit der Adresse, mit dem Arbeitsort und der Rufschädigung. Und so wird nun mal jetzt auch, so deutlich muss man das sagen, die Luft ein wenig dünn. Denn wenn es jetzt zu dieser Anzahl kommt, ist das natürlich eine unschöne Geschichte, beziehungsweise wenn das vor Gericht geht, könnte das auch sehr teuer für Aline Bachmann enden. Das ist ja zumindest der Stand der Dinge, der jetzt gerade so abgeht. Und es gehen auch Dutzende Streams, gerade bei Instagram parallel, ab und zur Sache, wo ich auch natürlich versuche, in den nächsten Wochen euch das meiste zu berichten. Ich feiere das so sehr. Also da Vinci klemmt sich da richtig dahinter und guckt so alles an, was Aline Bachmann anbelangt. Ich finde das schon krass, sich so um eine Person, um eine Person sich so krass zu kümmern. Aber ich feiere das irgendwie. Das hat jetzt einen ganz, ganz eigenen Charme. Also wenn es nach mir geht, gern noch zehn weitere Videos dazu. Ich habe damit gar kein Problem. Schon kaum noch hinterher ist es wirklich der Wahnsinn. Dennoch wollte ich euch hier über die neuesten, größten Skandale, das passiert ja drumherum, auch noch einiges von Aline Bachmann hier mal aufklären und euch hier auch ein Update liefern. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr hier auch ein Abo dalasst. Hier gibt es auch sehr spannende Videos. Geoferim eine eigene Playlist. Auch Luke Mockwitz hat eine eigene Playlist. Sehr stabil. Okay, sehr tolles Ding. Muss man einfach sagen, wirklich, das Aline Bachmann-Thema. Das interessiert mich wirklich sehr. Es geht. Aber schon heftig. Also egal, was sie macht. Die scheißt immer rein mit ihrer Aktion. Da kann die auch noch so tolle Sachen machen, die wir trotzdem verkacken. Das ist Aline Bachmann. Und damit möchte ich jetzt das Thema beenden. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst gerne Bewertungen da. Lasst gerne einen Kommentar da. Und vor allem vergesst nicht zu deabonnieren. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und macht's gut. Ciao, ciao.